... sich das schönste mögliche Geburtstagsgeschenk überhaupt selbst machen. Zum 20. der zweite Formel 1-Sieg und zwar ein blitzsauber herausgefahrener, tolles Überholmanöver gegen Lewis Hamilton. Nicht der kleinste Fehler im ganzen Rennen, sensationell, super gefahren. Und da können Sie zu Recht jubeln, in der Formel 1 ist Holland nach wie vor weit vorne. Auch mit der WM-Qualifikation klappt, das werden wir unter anderem bei Nitro verfolgen können. Da sieht es ja nicht so richtig gut aus. Und Lewis Hamilton wird mit Platz 2 trotz alledem hochzufrieden sein. An einem Wochenende, wo es am Freitag katastrophal begann, wo er unendlich viel Rückstand hatte auf die Ferrari, wird er Zweiter und baut seine WM-Führung sogar noch aus. Schöner kann man sich das eigentlich nicht erträumen. Im Moment läuft alles für Lewis Hamilton. Der Startcrash in Singapur, der Sieg da auf dem Silbertablett. Jetzt hier wieder glücklich vor Vettel angekommen. Aber das hier ist der strahlende Sieger. Sollten Sieg da auf dem Silbertablett.